In der letzten Zeit habe ich euch wenig Top-Listen hier in der Zockstube gezeigt, das heißt, was sind die besten Horror-Games, was sind die besten Sport-Games oder was sind allgemein die besten Games auf der Oculus Quest. Deswegen habe ich mich zu diesem Video entschieden. In diesem Video möchte ich euch gerne meine persönliche Top-10 vorstellen, der besten Franchises, die es auf die Oculus Quest geschafft haben. Das heißt, ich stelle euch hier Marken vor, die ihr eigentlich aus dem Bereich der Nicht-Virtual-Reality kennt, wofür dann ein Spiel auf der Oculus Quest erschienen ist. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Top-10. Wenn ihr da eine andere Meinung habt oder andere Spiele vorne seht, dann ist das total super. Dann schreibt mir doch in die Kommentare, welche Games denn eure Top-Franchise-Games auf der Oculus Quest sind. Da bin ich sehr gespannt, von euch zu lesen. Wollt ihr mehr solcher Top-Listen sehen? Dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da habe ich euch eine komplette Playlist mit nur solcher Videos hinterlegt, damit ihr euch einen super Überblick verschaffen könnt, was die besten Games auf der Oculus Quest sind. Wollt ihr allgemein nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, seien es Reviews, Tests oder Tutorials, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Video zu den Top-10-Franchise-Games auf der Oculus Quest. Ich starte mal mit dem Platz 10 und den sollte eigentlich jeder kennen. Und das sind die Siedler von Katan. Die Siedler von Katan haben ihren Virtual Reality Port mit Katan VR bekommen. Das bedeutet, ihr könnt in der Virtual Reality mit bis zu vier Spielern die Siedler von Katan spielen und habt dann quasi in einer gemütlichen Runde das Spielbrett zwischen euch und spielt nach den Regeln von den Siedlern von Katan. Ein einziger Wermutstropfen dieses Spiels ist, dass es echt in der englischen Sprachfassung ist, obwohl ja das Original- und auch das Brettspiel von einem deutschen Erfinder sind. Aber ansonsten habt ihr da wirklich die Siedler von Katan, so wie ihr es kennt und es macht auch genauso viel Spaß in der Virtual Reality. Ihr könnt also auf der ganzen Welt mit euren Freunden die Siedler von Katan spielen. Und als nächstes kommen wir zu einem Kartenspiel, nämlich Poker. Viele von euch kennen Pokerstars aus der Flatwelt, also vom PC und haben da wahrscheinlich auch schon mal online um Spielgeld oder um Echtgeld gespielt. Pokerstars gibt es jetzt auch für die Virtual Reality als eigene App für die Oculus Quest, wo ihr dann um Spielgeld spielen könnt. Also da gibt es aus meiner Sicht leider keine Echtgeldfassung. Das ist so ein bisschen... Ja, ich frage mich immer, warum sollte ich um Spielgeld spielen? Aber ihr kriegt halt das Poker-Feeling. Ihr könnt mit euren Freunden an Virtual Reality-Tischen spielen und an diesen Virtual Reality-Tischen könnt ihr auch miteinander reden. Die Oculus Quest hat ein eingebautes Mikro, hat eingebaute Kopfhörer, sodass ihr euch einfach mit eurem Tischnachbarn unterhalten könnt. Und wenn ihr da eine Freundesrunde zustande kriegt, macht das verdammt viel Spaß. Auf Platz 8 steht bei mir Doctor Who. Doctor Who, eine Filmreihe, die es schon seit den 60er Jahren gibt. Mega viele Doctor Whos gibt es, mega viele Filme, Serien. Und ja, jetzt gibt es mit Doctor Who The Edge of Time ein Doctor Who-Spiel in der Virtual Reality und auf eurer Oculus Quest, womit ihr mit der TARDIS durch Raum und Zeit reisen könnt, um die Welt zu retten. Ich glaube, mein Platz Nummer 7 ist ziemlich kontrovers, aber das ist ein Spiel, was ich schon in der Flat-Welt, also auf dem Handy, sehr gerne gespielt habe und was ich jetzt auch in der Virtual Reality sehr feiere, nämlich Angry Birds. Genauso wie in der Handy-Fassung, seid ihr auf der Jagd nach den Schweinen und müsst die Vögel einsetzen, um die Strukturen umzuwerfen, um dadurch die Schweine zu töten. Was das Ganze besonders immersiv macht, ist der Zwilling-Mechanismus. Ihr spannt jetzt die Zwille mit euren beiden Controllern und das macht unheimlich viel Spaß. Zusätzlich ist dieses Spiel noch ziemlich umfangreich für den Preis. Und ich hatte sehr viel Spaß, auch für Virtual Reality-Anfänger super geeignet und ja, ich kann euch zu diesem Spiel bedenkenlos raten. Auf Platz 6 kommt ein sehr beliebtes Film-Franchise, nämlich Star Trek. Auch Star Trek hat seinen Weg auf die Oculus Quest gefunden mit Star Trek Bridge Crew. In Star Trek Bridge Crew übernehmt ihr alleine mit drei NPCs oder mit drei Freunden die Brücke, zum Beispiel der Enterprise. Und jeder hat unterschiedliche Rollen, man muss viel miteinander reden, um dann entsprechend zu navigieren, die Feinde abzuwehren, Missionen aufzuklären. Und das Spiel ist wirklich spaßig, ich habe es auch schon im Multiplayer ausprobiert. Und vor allem ist es Crossplay. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur mit anderen Oculus Quest-Spielern spielen, sondern auch mit PC-VR-Spielern. Und ich meine, es geht sogar über die PlayStation VR. Also da wirklich umfangreiches Crossplay. Und für alle Star Trek-Fans auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Auf Platz 5 aus meiner Sicht das beste Franchise, was Rätselgames angeht, nämlich The Room. Es gibt viele The Room-Teile auf dem Handy, wo ihr in einem Raum verschiedene Rätsel lösen müsst, Kisten öffnen müsst. Und The Room ist jetzt auch für die Oculus Quest verfügbar, mit The Room A Dark Matter. Und da habt ihr das Spielprinzip von The Room 1 zu 1 übersetzt in die Virtual Reality. Es ist auch ein bisschen mysteriös. Manche sagen, es ist sogar gruselig. Und ihr müsst dann eben in einem archäologischen Museum Rätsel lösen. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel, wie ich eingangs schon gesagt habe. Ich glaube, das ist das beste Rätselspiel auf der Oculus Quest. Kann es euch daher nur ans Herz legen. Und ich hoffe da immer noch auf eine Fortsetzung. Es wäre super, wenn wir eine Fortsetzung von The Room VR auf der Oculus Quest kriegen würden. Das nächste Franchise auf Platz 4 und wir nähern uns dem Treppchen, ist Sniper Elite. Ein Taktik-Shooter, der bereits mehrere Teile in der Flatwelt, also auf dem PC hatte und jetzt seine Übersetzung in die Virtual Reality bekommen hat. Ich habe das Spiel komplett durchgespielt, auch im Livestream. Und bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich begeistert von Sniper Elite. Auch wenn ich es aus der Flatwelt nicht so kannte, hat mir das Spielprinzip auf der Oculus Quest sehr gut gefallen. Und da kriegt ihr einen soliden Shooter mit guten Stealth-Elementen und einer einigermaßen packenden Story. Dann kommen wir schon zum Platz 3 und befinden uns auf dem Treppchen mit dem Franchise Jurassic Park bzw. Jurassic World. Und da gibt es gleich zwei Apps, nämlich einmal Jurassic World Aftermath und eine App, die heißt einfach nur Jurassic World. Starten wir mal mit Jurassic World. Das ist eine 360-Grad-Film-App, wo ihr zwei Szenen runterladen könnt, wo ihr euch 360 Grad umgucken könnt und so ein Dino-Setting habt. Sehr beeindruckend gemacht, aber ist an und für sich kein Game, gehört aber zu diesem Franchise. Und das Game, was dazu rausgekommen ist, ist Jurassic World Aftermath. Das wird jetzt bald auch eine Fortsetzung kriegen. Das heißt, die Singleplayer-Story geht weiter. Da reist ihr auf die Isla Nubla, ihr stürzt mit einem Flugzeug ab und müsst dann auf der Isla Nubla um euer Überleben kämpfen. Da müsst ihr schleichen, euch verstecken, Dinos ablenken. Also ich hatte daran sehr viel Spaß. Es ist so ein bisschen Cell-Shading-Grafik. Das kritisieren viele, dass da keine richtige Atmosphäre aufkommt. Dass die Dinos ein bisschen generisch rumlaufen. Ich muss aber sagen, mir hat das Spiel echt Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die Fortsetzung, weil ich dann wieder einen Sonntags-Livestream dazu machen kann. Auf Platz 2 ist bei mir The Walking Dead. The Walking Dead hat mit The Walking Dead Saints & Sinners endlich mal ein Spiel auf die Oculus Quest gebracht, was wirklich ein vollwertiges Spiel ist, in vollem Umfang. Ihr müsst craften, ihr müsst überleben, ihr müsst euch Essen kochen, ihr müsst Waffen zusammenbauen, ihr müsst Missionen erfüllen. Es ist wirklich umfangreich, dieses Spiel. Und es ist saugut umgesetzt. Es macht tierisch viel Spaß auf der Oculus Quest. Wenn ihr The Walking Dead-Fans seid, dann ist das überhaupt gar keine Frage. Ihr braucht dieses Spiel. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ihr braucht dieses Spiel. Es ist eins der besten Spiele, die es überhaupt auf der Oculus Quest gibt. Und auch da ist jetzt ganz frisch das Aftershocks-Update rausgekommen. Also wenn ihr den Story-Modus durch habt, ist jetzt sogar noch ein umfangreicherer Story-Modus dabei. Also richtig super. Und es gibt jetzt auch so einen Horde-Modus, der dazu gekommen ist, der auch super viel Spaß macht. Also das ist wirklich eins der Top-Franchises auf der Oculus Quest. Ich weiß nicht, ob ich das da falsch sehe, aber ich glaube eigentlich, da gibt es nicht so viele Meinungen. The Walking Dead gehört auf jeden Fall mit da oben hin. Ja, und dann mein Platz 1 ist Star Wars. Und da haben wir inzwischen sogar relativ viele Games. Wir haben Star Wars Pinball. Ein Pinball-Game, wo ihr rein im Star Wars-Setting zockt. Ihr habt also für Episode 4, 5 und 6 einen separaten Automaten. Ihr habt The Mandalorian-Automaten. Ihr habt alles Mögliche. Und durch die Rewards. Also ihr könnt als Reward, wenn ihr gut gezockt habt, verschiedene Items kaufen und habt so eine Home-Umgebung, die ihr dann dekorieren könnt. Und also richtig klasse und mit Herz gemacht. Richtig schön. Auch die Star Wars-Themes kommen da richtig, richtig gut zur Geltung. Also das auf jeden Fall, wenn ihr ein Pinball-Fan seid und Star Wars mögt. Star Wars Pinball ist ein super, super Game auf der Oculus Quest. Weiter geht's mit Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Das kam ungefähr vor einem Jahr raus und hat einen mega Hype ausgelöst. Es wurde gesagt, ihr reist nach Batuu und erlebt da eine Star Wars-Story. Auch das Game habe ich komplett durchgezockt. Und das bekommt jetzt bald eine Erweiterung. Wahrscheinlich, wenn das Video draußen ist, ist die Erweiterung schon draußen. Ja, es ist im Prinzip ein Shooter, der sich nicht so richtig nach Star Wars anfühlt. Ihr trefft C3PO, ihr trefft R2D2, ihr seht den Millennium-Falken. Aber im Prinzip ist das eine ziemlich austauschbare Story. Es fühlt sich eher so ein bisschen so an, als hätte das ein anderes Spiel werden sollen. Und dann hat man das Spiel gekauft und dann zwei, drei Star Wars-Elemente reingebaut. Und dann gesagt, so, das ist jetzt Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Also, aus meiner Sicht jetzt, ja, ihr kriegt da ein bisschen Star Wars-Feeling. Und wenn ihr einen Shooter sucht, der so ein bisschen Star Wars-Geschmäckle hat, ja, dann ist das vielleicht was für euch. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die neue Story ist. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber es ist nicht das stärkste Star Wars-Game. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Und das ist richtig, richtig klasse. Wenn auch kurz. Das sind drei Spiele. Beziehungsweise, ja, es sind im Prinzip interaktive Filme. Will ich fast sagen. Das ist die Vader-Immortal-Trilogie. Meine absolute Nummer eins, was Franchises auf der Oculus Quest angeht. Ihr seid in diesem Game ein Schmuggler, der in der Nähe von Mustafa, dem Heimatplaneten von Darth Vader, ja, sein Unwesen treibt. Und dann werdet ihr vom Imperium, ja, im Prinzip eskortiert, in das Schloss von Darth Vader. Und da werdet ihr einer Prüfung unterzogen, die ihr dann besteht. Und daraufhin entwickelt sich eine Handlung. Das heißt, ihr trefft Stormtrooper. Ihr trefft Darth Vader. Ihr habt interaktive Elemente. Ihr habt Filmelemente, wo ihr einfach nur zuschaut. Wirklich super. Wie gesagt, in drei Episoden geregelt. Ihr müsst also quasi drei Spiele kaufen. Ich meine, jedes irgendwie 7,99. Und könnt dann diese Story erleben. Insgesamt, sag ich mal, ist das, wenn ihr das in Ruhe macht, euch umguckt, ist das eine gute Spielfilmlänge. Alle drei Teile zusammen. Und ich hatte dabei wirklich viel Spaß. Es sieht super aus. Es spielt sich klasse. Und, ähm, ja, für Star Wars Fans eigentlich ein absolutes Must-Have. Das waren jetzt meine Top 10 Franchises auf der Oculus Quest. Ich möchte euch aber noch kurz die nennen, die ich jetzt außen vor gelassen habe. Die es jetzt nicht in meine Top 10 geschafft haben, damit ihr, wenn ihr Franchise-Fans seid und da mal ein bisschen auf der Oculus Quest stöbern könnt, auch noch, ähm, ja, einen Eindruck habt, was es sonst noch so gibt. Und da starten wir mit Rocky. Ihr habt das Spiel Creed Rise to Glory, wo ihr im Rocky-Universum eine Boxkarriere startet. Für alle Warhammer-Fans haben wir außerdem Warhammer 40k Battle Sisters. Ein Shooter im Warhammer-Universum. Horror-Fans werden sich freuen über Paranormal Activity. Da gibt es nämlich Paranormal Activity The Lost Soul auf der Oculus Quest. Weiter geht's mit Horror. Blair Witch hat es auf die Oculus Quest geschafft mit Blair Witch VR. Five Nights at Freddy's. Wenn ihr Fans seid, gibt es auch Five Nights at Freddy's auf der Oculus Quest. Fruit Ninja hat es auf die Oculus Quest geschafft. Das Rätsel-Game, der Rätsel-Game-Klassiker, Myst. National Geographic hat ein tolles Dokumentationsspiel rausgebracht. Tarzan VR ist für die Oculus Quest draußen. Würde ich euch aber eher von abraten. Dann gibt es Tetris Effect auf der Oculus Quest und Zombieland. Da habe ich am längsten ran geknackt, ob Zombieland nicht in die Top 10 gehört, weil das Spiel wirklich geil ist. Also, ja, Zombieland. Es war wirklich an der einen oder anderen Stelle knapp, aber irgendwie muss man sich dann entscheiden. Das sind die Franchises, die ich im Moment auf der Oculus Quest gefunden habe. Aber es kommen dieses Jahr noch welche und da haben wir wirklich große Titel zu erwarten. Exklusiv für die Oculus Quest 2 wird Resident Evil 4 kommen. Außerdem erwarten wir Splinter Cell und Assassin's Creed. Also wirklich große Namen, die uns bald auf der Oculus Quest erwarten. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Insbesondere stelle ich mir vor, dass Resident Evil wirklich gut scheppert mal in einem Livestream. Und dass ich das mal den einen oder anderen Sonntag streamen werde. Auch da würde ich mich mal für interessieren, wie ist denn eure Meinung dazu? Aber nicht nur zu Resident Evil, sondern insgesamt, wie findet ihr die Franchises auf der Oculus Quest? Wie findet ihr die kommenden Franchises? Seid ihr einverstanden mit meiner Top 10? Habt ihr eine andere Vorstellung, welche Games in diese Top 10 gehören? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser machen könnt? Dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials und Anleitungen hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Wollt ihr darüber hinaus nichts mehr verpassen zur Oculus Quest? Dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn in der Zockstube befasse ich mich nur mit eurem Lieblings-Virtual-Reality-Hazit. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!